Deniz Audic, yeah! Stranger na telefono! Oh, ja! Herzlich willkommen, Moto One Berlin, Alexander Platz. Sie sprechen mit Nadine Schulz. Äh, Marlin, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Deniz. Ja, gerne. Ich habe eine Frage. Die Hure, ich will ficken. Zieh mir nur mehr schneller. Entschuldigung, ich habe sie akustisch nicht verstehen können. Nicht verstehen. Ah, joi. Kack gesagt, nicht verstehen. Äh, die Hure. Na, steh, die Hure. Weisch kaj to. Ich will ficken. Zieh mir nur mehr schneller. Ich komme gleich. Okay, alles klar. Nie, ona Clara. Hallo, sind Sie noch da? Hallo, meine Vitaminstange wird explodieren. Finden Sie das witzig? Die Hure. Denken Sie, das ist lustig? Zieh mir nur mehr. Können Sie jetzt hier anrufen und uns belästigen, während wir arbeiten? Ja, ja. Ja, arbeiten, arbeiten. Sollten Sie sich hier ein anderes Hobby suchen? Ich meine... Meine keine. Oder einen Job vielleicht? Dann werden Sie jetzt um die Zeit arbeiten. Arbeiten. Und müssten hart arbeitende Menschen nicht von der Arbeit abhalten? Oh. Meine Freund, Lothar Matthäus, geben Sie Motelnummer. Das wäre eine Idee, oder? Idee. Wir können uns gerne noch ein bisschen unterhalten, wenn Sie möchten, aber ansonsten würde ich einfach weiter arbeiten und Sie bitten, nicht mehr anzurufen und uns zu belästigen. Ich bin... Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, in jedem Fall. Entschuldigen Sie, Marlene. Ich bin Schnappi, das Klojne Krokodil. Ich bin Schnappi, das ist ein bisschen unterhalten, wenn Sie sich hier anrufen.